Was ist die Ausbildungsmesse? Zu HECOP bin ich gekommen, indem ich die Ausbildungsmesse besucht habe. Dadurch habe ich mich dann beworben und wurde letzten Endes auch hier eingestellt. Also ich buche die ganze Ware zu, die angeliefert wird. Bedeutet, wenn jetzt beispielsweise der Paket-Teams kommt, dann nehme ich die Ware an, tue danach die Beschaffenheit des Paketes überprüfen. Wenn das wieder rumpasst, buche ich die Ware danach zu. Wenn die Ware ankommt, dann haben wir eine stichprobeartige Qualitätskontrolle. Das bedeutet, dass wir den Werkstoff kontrollieren mit unserem Röntgengerät. Dann prüfen wir noch die Gewinde, falls wir Gewinde bekommen. Und natürlich kontrollieren wir auch noch die Größe und Abmessungen mit der Schieblehre oder Meterstab. Je nachdem. Besonders Spaß macht mir eigentlich das Gabelstaplerfahren. Also sprich abladen, die Ware reinfahren. Wenn es mehrere Paletten sind, ist man ein bisschen am rumfahren. Das ist ganz cool. Also meine hauptsächliche Tätigkeit hier ist das Einlagern. Die Jungs buchen es zu, machen eine Einlagerungsliste. Ich nehme mir die Liste dann, suche mir die Ware dazu. Und dann lagere ich die Ware da ein. Und das wird dann im System eingepflegt. Also haben wir das dann im Computer stehen an diesem Platz. Beim Kommissionieren haben wir vorne Richtscheine. Da nehme ich mir einen Richtschein, fahre mit dem Einkaufswagen durchs Lager zum bestimmten Platz. Nehme mir die Ware raus. Schaue natürlich drauf, richtiger Werkstoff, dies, das. Und bringe es dann vor. Und vorne wird es dann verpackt und rausgeschickt. Beim Verpacken ist es wichtig, dass wir eben recht gut packen. Das bedeutet, die Kartons gut ausstopfen. Wir tun die Ware nicht einfach rein und die Kartons zu. Sondern auch immer wieder gucken, okay, wie bekomme ich was rein. Ich muss ein bisschen Tetris spielen. Das ist recht cool, macht richtig Spaß. Und dann geht es ab aufs Rollband. Und dementsprechend mit dem DPD zum Kunden. Ja, manchmal wird es auch stressig und dann geht es halt auch schon rund. Und dann versucht man halt immer, wenn jemand kommt und Hilfe braucht, dass man dem Hilfe gibt. Und dass jeder seine Arbeit richtig machen kann. Hat auch eine hohe Verantwortung. Und auch das macht recht Spaß, weil es gibt dann auch einfach das Gefühl, man wird gebraucht. Man ist eine Person, die wirklich dazu beiträgt, dass das Geschäft erledigt wird. Also das Arbeitsklima hier ist sehr gut. Bei uns hier im Lager oder allgemein in der ganzen Firma sind alle locker miteinander. Also macht es Spaß, hier zu arbeiten. Und ich bin gerne hier.